Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar. Das heutige Webinar ist Auftakt unseres neuen Semesterprogramms von ProLehre, Medien und Didaktik. Die erste Veranstaltung. Wir haben, glaube ich, ein ganz interessantes Kursprogramm für dieses Semester zusammengeschneidert und ich bin schon ganz gespannt, wie wir heute gut rein starten. Wir starten auch gleichzeitig heute eine neue Webinarreihe mit dem Titel Good Practice oder Gute Lehre. mit dem Ziel, dass wir die Lehre, die gute Lehre einfach mal sichtbar machen, mit Lehrenden in den Kontakt kommen, die positive Erfahrungen mit bestimmten Methoden oder Konzepten gesammelt haben und dann vielleicht auch einige pfiffige Ideen einbringen, die man als Impulse aufgreifen kann. Und natürlich geht es am allerbesten, wenn man mit den Lehrenden spricht, die diese Ideen haben. Und da habe ich heute auch einen Gast da und ich freue mich sehr, Dr. Marc-Oliver Pahl von der Fakultät Informatik. begrüßen zu dürfen. Hallo, Michael. Hallo, Marc-Oliver. Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Gut. Ich sage ein bisschen was über dich, Marc-Oliver. Du bist vom Lehrstuhl für Netzwerk, Architekturen und Netzdienste bei Professor Kahle, eben in der Fakultät Informatik. Bist auch schon recht lange dabei, seit 2008. Wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. Senior Researcher. Also bist auch wahrscheinlich ganz aktiv in der Lehre zuständig für alles, nehme ich mal an. Du bringst so dein gesamtes geballtes Lehrwissen, was du so gesammelt hast, ein in vor allen Dingen einem Kurs oder in eine Veranstaltung. Das ist das iLab. Über das iLab werden wir heute noch ein bisschen mehr hören. Und dieses iLab ist schon gut angekommen oder gut angenommen worden. Du hast einen Lehrkonzeptpreis bekommen sozusagen, den Ernst-Otto-Fischer-Lehrpreis 2013 dafür. Und hinterher in der Folge auch noch weitere Awards for Excellence in Teaching. Also ein Konzept, das auf jeden Fall schon sehr gut angekommen ist. Genau. Was auch insbesondere bei den Studierenden gut ankommt. Also wir haben immer sehr viele Teilnehmer, was mit das größte Lob eigentlich ist. Ja, genau. Das denke ich auch. Ein Lehrpreis mit Geld ist immer was Schönes. Aber wenn die Studenten zufrieden sind, das ist dann doch immer ein bisschen mehr wert. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Interessieren würde mich natürlich als allererstes mal iLab. Was ist das? Was ist das für eine Veranstaltung? Und vielleicht kannst du so in zwei, drei Sätzen mal umreißen, um was es da geht. Genau. Also iLab ist eine Veranstaltung, die ich 2003 schon begonnen habe. Und im Wesentlichen geht es darum, wenn man sich den idealen Studierenden vorstellt, dann hört er eine Vorlesung und danach setzt er sich zu Hause hin, schaut es nochmal an, was er sich dort angehört hat, vertieft es nochmal, übt es idealerweise sogar noch praktisch aus und hat es dann gelernt für sein ganzes Leben. Und so ist natürlich der Student, oder was heißt natürlich, der Student ist nicht immer ganz so motiviert, all diese Phasen zu machen. Und deswegen habe ich 2003 dann begonnen zu überlegen, okay, wie könnte ich dafür sorgen, dass die Studierenden in diese Richtung entsprechend aktiv werden und dann begonnen, ein Kurskonzept zu entwickeln, das ich seitdem zusammen mit verschiedenen Kollegen weiterentwickelt habe, bei dem eigentlich eine praktische Übung im Kern steht. Also es ist ein Laborkurs in der Informatik. Das bedeutet, die Leute bekommen Aufgaben, machen die dann praktisch am Rechner im Laborraum entsprechend durch. Und da außenrum wurde entsprechend dieses Konzept gestrickt und ich habe insbesondere da E-Learning schon 2004 da eingeführt, was auch dann einer der ersten Kurse war, die E-Learning gemacht haben. Und das hat sich also super erfolgreich herausgestellt, weil es eben genau das schafft, den Leuten genügend Incentives zu schaffen, dass sie dann sich tatsächlich aktiv mit den Lehrmaterialien beschäftigen und auch dann diese Glücksmomente haben, okay, wir haben jetzt entsprechend was getan oder wir wurden so ein bisschen gezwungen, das zu tun, wir wurden zu unserem Glück so ein bisschen gezwungen, haben dann aber auch selbst diesen Erfolgsmoment, okay, wir haben jetzt praktisch irgendwas geleistet und praktisch was geschafft und das wirkt sehr bestärkend dann entsprechend. Aber bis du da hinkommst, dauert es natürlich ein bisschen. Es ist nicht immer so einfach, die Studenten dann wirklich zu motivieren, sich zum Beispiel vorzubereiten. Also wir haben ja jetzt so ein Setting quasi Vorlesung und Übung, das ist ja so ein typisches Setting an der Universität. Wenn die jetzt in die Übung kommen sollen, also in das Labor kommen sollen und da arbeiten sollen, dann brauchen die also schon Vorwissen. Wie kriegst du die dazu, dass die eben vorher überhaupt was tun und nicht einfach ins Labor kommen und dann sagen, na, schau mal einfach mal, was da passiert. Genau, also vielleicht dazu noch, die komplette Übung besteht aus verschiedenen Modulen und jedes Modul besteht aus vier Teilen. Der erste Teil ist immer die Vorlesung, der zweite Teil ist dann der Selbstlern-Teil, der innerhalb der E-Learning-Umgebung stattfindet, individuell. Der dritte Teil ist dann der praktische Teil, der zusammen mit einem Teampartner stattfindet und der vierte Teil ist dann noch die Prüfung. Wir haben zwei Prüfungen im Semester, nach der ersten Hälfte des Kurses und den zweiten dann am Ende. Was ich jetzt mache, ist, unser Konzept ist, dass wir in der Vorlesung den Leuten, wie üblicherweise in der Vorlesung, Kontextwissen bieten und auch schon mal Lust machen, was im praktischen Teil kommt. Also wir enden zum Beispiel auch mit einem Teaser dann, okay, wir werden jetzt später dieses und jenes anschauen. Danach haben sie dann eine Woche Zeit, sich in die E-Learning-Umgebung einzuloggen und da den Selbstlern-Teil durchzumachen. Das ist so ein bisschen wie ein Kursbuch. Da stehen nochmal Texte drin, was sie entsprechend in der Vorlesung schon mal angehört haben, das dann nochmal vertiefend. Und zur Aktivierung sind Multiple-Choice-Fragen drin, die die beantworten müssen. Diese Multiple-Choice-Fragen sind so aufgebaut, dass sie die Kernelemente dessen, was wir wollen, dass sie lernen sollen, Stichwort Constructive Alignment, dass sie dann eben die Sachen, wo wir sagen, okay, das sind die Kernsachen, dass sie die dann rausfinden. Da war der Hintergrund, bevor ich überhaupt was von Constructive Alignment gehört hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich kriege da ganz viel Text, der ist neu für mich und ich finde mich darin nicht unbedingt zurecht. Und als Lehrender ist es aber so, dass ich ja sehr gut weiß normalerweise, was die Akzente sind, die ich da setzen möchte und die Multiple-Choice-Fragen sind eine gute Möglichkeit, das entsprechend zu machen. Die Multiple-Choice-Fragen sind auch nicht bewertet bei mir im Kurs, was sehr wichtig ist. Die Teilnehmer haben dann drei Versuche, entsprechend das rauszufinden, wissen, dass es nicht bewertet ist und sollen dann auch bewusst damit entsprechend spielen. Und die Multiple-Choice-Fragen sind auch so ein bisschen ein Gamification-Element zur Motivierung, weil die auch ein anonymes Rating sehen. Also sie sehen dann, okay, ich bin der Fünfte in der Gruppe zum Beispiel und sie sehen auch insbesondere, mein Teampartner hat schon fertig gemacht, die Multiple-Choice-Fragen oder auch nicht. Das wirkt auch nochmal motivierend, dass sie da entsprechend weiter... Aber geht da nicht der Teampartner, also wenn die jetzt zu zweit sind, geht da nicht der eine her und sagt, ach, du, ich mach's durch und ich geb dir dann die Lösungen? Genau, also das können sie machen. War auch was, wo wir am Anfang, wo ich dieses E-Learning-System, das dahinter steht, konzipiert habe, was ich mir überlegt habe, wo ich dann gedacht habe, okay, es wäre vielleicht ganz schlau, die Antworten durchzumischen zwischen den Teampartnern. Das hat nämlich dann den Seiteneffekt, wenn wir jetzt zusammen im Team sind und du willst mir helfen, dann musst du mir die Lösung sagen. Also du musst dann sagen, okay, das Paket ist so und so lang, weil bla 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 und das ist dann die Antwort. Das heißt, du hast dann nochmal das Lernziel wiederholt und der andere hat das auch nochmal gehört von dir. Das heißt, wenn du dann cheatest, dann hast du eigentlich sogar noch besser gelernt. Ach so, aber wie kommen die Studenten überhaupt dazu, das zu machen? Also ich meine, da mache ich halt diesen Test einfach nicht, oder? Ja, also die Lehrenden hoffen ja immer auf die intrinsische Motivation, auf die hoffe ich auch. Zusätzlich ist es so, dass, ich ja schon gesagt habe, nach diesem theoretischen Selbstlern-Teil kommt der praktische Teil. Der Selbstlern-Teil ist super wichtig bei einem Laborkurs bei uns, weil, um im Praxisteil dann die Challenges zu mastern, also sprich die Schwierigkeiten, wo Probleme auftreten, darüber hinwegzukommen und die zu verstehen, ist es essentiell, dass man das Vorwissen entsprechend hat. Und deswegen ist es so, dass in diesem System eine künstliche Barriere drin ist, die genau darin besteht, dass man die Multiple-Choice-Fragen alle beantwortet haben muss. Das bedeutet auch, dass wenn man drei Versuche hat, dass man, wenn man keine Lust hat, zu beantworten, dreimal Blödsinn angeklickt haben muss, was wir sehen können, was man aber machen kann, wo man dann sich vielleicht überlegt, okay, ich will da jetzt eher vielleicht nicht cheaten. Und das heißt, die sind dann gezwungen, das beantwortet zu haben, weil sie ansonsten technisch diesen Praxisteil gar nicht sehen können. Das führt dann auch ein bisschen zu Peer-Pressure. Insofern, wenn wir jetzt im Team sind und wissen, morgen ist unser Lab-Tag und ich bin noch nicht fertig, weil ich irgendwie geschludert habe, dann ist es wahrscheinlich, dass du mich reinrufst, weil mir sagst, okay, mach mal hier das fertig, weil wir haben morgen unseren Lab-Tag und wir müssen da entsprechend dran arbeiten. Und das funktioniert sehr gut. Hast du eine Auswelle bis jetzt gehabt bei Studenten oder ist das kein Problem? Also was wir manchmal tatsächlich haben, ist, dass wir, wenn wir uns das angucken, dass wir sehen, okay, die Person hat irgendwie das Lab beantwortet, fünf Minuten, bevor es losging und die Fragen wurden alle innerhalb von fünf Minuten beantwortet und es ist alles richtig. Das suggeriert natürlich, okay, die Person hat es da jetzt nicht so gemacht, wie wir es intendiert haben. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Aber Sie haben dann zumindest einen Teampartner, der es eben richtig gemacht hat, wahrscheinlich. Genau, Sie haben mindestens einen Teampartner, aber das ist genau die Situation, die ich nicht haben will. Weil das führt dann dazu, dass wir zwar zusammen da sitzen, aber du bei den Problemen nicht richtig mithelfen kannst, weil du entsprechend nicht vorbereitet bist. Und was dann passiert, wenn wir das sehen, ist, wir reden dann mit den Leuten, aber selbst wenn wir nicht mit den Leuten reden, ist es so, dass es beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Ich versuche auch, auch ein wichtiger Aspekt, die ganzen Methodiken, die ich einsetze, was relativ viele sind, immer transparent zu machen. Also den Leuten zu sagen, okay, wir machen jetzt, ihr werdet das machen und zwar aus folgendem Grund. Und dieser theoretische Teil ist deswegen auch individuell, weil die Leute alle mit verschiedenem Vorwissen kommen. Und das Ziel ist hier, die auf ein ähnliches Niveau zu bringen, damit sie dann wieder danach gut zusammenarbeiten können. Und die Leute, die bei mir im Kurs sind, die wissen schon, dass es nicht wenig Arbeit ist, da mitzumachen. Das heißt, und das sagen wir denen auch alle immer explizit ist, wenn ihr billige Credits haben wollt, kommt nicht zu uns den Kurs, das ist der falsche Kurs. Und das heißt, die, die dann noch da sind, sind üblicherweise die, die schon noch tatsächlich was lernen wollen und die dann auch verstehen, okay, wenn wir das so mitmachen, wie das gedacht ist, dann bringt es uns tatsächlich was. Und wenn sie es dann einmal mitgemacht haben, dann verstehen sie auch, dass es gut funktioniert, weil sie eben dann, wie eingangs schon erwähnt, in diesem praktischen Teil dann tatsächlich diese Glücksmomente haben. Weil die praktischen Teile, das ist auch ein Teil des didaktischen Konzepts, sind recht challenging. Also sind sie eher herausfordernd und sind insbesondere nicht kochrezeptartig. Das heißt, wir geben denen konzeptionelle Informationen, so wie sie sie auch im echten Leben später haben werden. Und das kommt sehr gut an. Okay, super. Jetzt würde ich gerne an die Zuschauer und Zuschauerinnen einfach mal kurz die Frage stellen. Sie machen ja selber wahrscheinlich auch Lehre. Welche Tricks und Tipps hätten Sie denn, dass Sie Studierende motivieren, das Lehrmaterial schon anzuschauen, bevor sie in die Übung oder ins Seminar reinkommen? Was setzen Sie da um? Sie können es entweder in den Chat schreiben oder eben rechts bei den anonymen Beiträgen mal reinschreiben. Würde mich einfach mal interessieren. Da haben Sie sicherlich auch schon Erfahrungen gemacht, inwiefern wir das vielleicht damit dann auch matchen können. Eine Frage zum Kurs selber in der Zwischenzeit. Ist das eine Wahlpflichtveranstaltung oder ist es eine reine Wahlveranstaltung, die du da unterrichtest? Also sie müssen ein Praktikum machen, haben aber bei uns, ich glaube mittlerweile 20 Praktika zur Auswahl. Und es ist so, dass die Teilnehmerzahl zwischen vier Teilnehmer und 60 Teilnehmer bei großen Veranstaltungen zusammen mit der Industrie variieren. Und wir haben jetzt zwei Praktika, die nach dem didaktischen Konzept laufen. Und diese beiden Praktika haben üblicherweise zwischen 40 und 60 Teilnehmer dann zusammen. Also das heißt, es sind sehr viele Studierende, die sich dann dafür entscheiden. Und das Schöne ist, dass das Ganze auch sehr stark durch Mund-zu-Mund-Propaganda stattfindet. Also wir haben insbesondere, was mich auch immer freut, viele Leute, die im Stuhlstern-Netzwerk mitmachen, also die sich schon mit Netzwerken beschäftigt haben und das so ein bisschen vertiefen wollen. Genau. Also es ist immer eine schöne... Aber es ist trotzdem eine Wahlpflichtveranstaltung. Das ist ja auch wichtig, wenn es eine reine Wahlveranstaltung ist, dann sind die Voraussetzungen vielleicht auch anders und die Studenten auch viel motivierter, wenn sie kommen. Aber Wahlpflicht, man muss ja dann doch irgendwie auch ran. Jetzt sehe ich schon die ersten Antworten hochkommen. Einmal Vorlesungsunterlagen frühzeitig auf Moodle hochladen. Na gut, das ist eine Aufgabe, die der Lehrende natürlich hat. Vielleicht muss ich dazu sagen, du arbeitest, glaube ich, nicht mit Moodle, weil du eben schon so lange an dieser Plattform entwickelst. Du hast das alles für dich selber zusammengebastelt. Aber ich denke, wenn man solche Tests anbietet für die Studierenden, dass die mit Moodle genauso arbeiten können, dann ist es vielleicht nicht ganz so hübsch, dass man eben gleich sagen kann, wenn beide Partner, die du da hast, eingereicht haben, das dann automatisch freigeschaltet wird, sondern man muss das dann halt eventuell manuell machen. Genau. Plus, was ich immer sage, ist, also damals, wo ich das System gebaut habe, gab es Moodle einfach noch nicht. Deswegen habe ich es nicht verwendet. Wenn man jetzt heute Moodle anguckt, dann ist es so, man kann die Sachen alle machen. Insbesondere diese Barrier müsste man wahrscheinlich von Hand reinprogrammieren, ist mir zumindest nicht bekannt, dass das direkt out of the box da funktioniert. Grundsätzlich ist es so, dass das System, das ich jetzt da gebaut habe, wo Lukas mich auch sehr gut unterstützt hat in letzter Zeit, dass dieses System gerade für das Konzept, das ich anwende, natürlich maßgeschneidert ist. Das heißt, der Vorteil ist, da sind genau die Sachen so drin, wie ich sie haben will und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Im Moodle hätte ich dann jetzt vielleicht noch mehr Buttons oder andere Buttons. Vom Konzept her ist Moodle aber definitiv auch sehr gut geeignet, um sowas umzusetzen. Wir schauen ja auch bei diesem Erfahrungsaustausch, den wir jetzt machen, nicht darauf, wie du speziell da was gebastelt hast, sondern eben, was können wir da so rausziehen für uns, für die Lehre. Ich schaue noch weitere Meldungen an. Vorlesungsunterlagen, das hatte ich schon. Leider kein effektives Mittel, um Eigenstudium vorher zu stimulieren. Okay, hoffentlich ist das mal eine Idee, mit der man arbeiten könnte. Und dann habe ich noch drinstehen, Voraussetzungen für die Kursteilnahme. Also man darf nur dann teilnehmen, wenn man das dann auch tatsächlich macht. Hast du da Erfahrungen mit, wie sowas, wenn man das zur Voraussetzung macht? Also bei mir war es so, die Motivation, wo ich dann angefangen habe, dieses Konzept in diese Richtung zu entwickeln, war die, dass der Kurs schon mal stattgefunden hatte, nämlich 2003 in Tübingen anhand eines Buches. Und da war eben natürlich Voraussetzung für den Praktisteil, dass man den Theorie-Teil vorher gemacht hat. Wurde aber nicht abgeprüft. Und infolgedessen war es dann so, dass in Teams teilweise Leute drin waren, die eben nicht vorbereitet waren und die dann genau dieses doppelte Problem hatten. Das heißt, selber haben sie wenig mitgenommen, weil sie es nicht verstanden haben. Und der Rest des Teams hat auch nichts davon gehabt, weil die entsprechend eben nicht vorbereitet waren und da nicht mitmachen konnten. Und so ein bisschen Voraussetzung ist es bei mir ja dadurch auch, dass ich halt sage, okay, es geht technisch nur dann weiter, wenn man entsprechend das gemacht hat. Und das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Dieses technische Hürden einbauen im Sinne von die Maschine, enforced, also stellt sicher, dass das wirklich gemacht wird, hat sich ja super hilfreich bei mir herausgestellt. Also auch die Abgabetermine sind zum Beispiel fix. Das heißt, die Teilnehmer können nicht später abgeben. Und am Anfang war es so, dass die Leute dann hinterher noch eine E-Mail geschickt haben, okay, wir sind noch nicht fertig geworden, können wir noch später einreichen. Nachdem dann klar war, okay, hier ist ein Kalender und da vorne siehst du die Uhr und dann, wenn die Uhr zu ist, dann ist es halt vorbei, ist es so, dass wir in der Regel gar keine Leute haben, die diese Deadline in Frage stellen. Und auch die Sache, mit denen man muss die Multiple-Choice-Fragen beantwortet haben, um den Praxisteil zu machen, hatte ich auch befürchtet ganz am Anfang, dass dann die Leute kommen so, ja, ich bin nicht fertig geworden, kann ich trotzdem freigeschaltet werden. Ist aber nicht so. Also wenn die Leute wissen, okay, hier sind die klaren Regeln und die sind systemenforced. Mit dem System kannst du nicht dealen. Das System macht einfach das, was es halt macht, weil es ist so programmiert. Super hilfreich. Also super gute Sache. Okay. Funktioniert auch wunderbar in Moodle, solche Deadlines zu setzen, also wenn sie damit mal experimentieren wollen. Und wir unterstützen sie natürlich auch dabei grundsätzlich. Jetzt würde ich gerne einen Schritt weiter gehen. Also wir haben jetzt geklärt, wie kriegst du das hin, dass die Studierenden vorbereitet in die Übung reinkommen beziehungsweise in diesen Laborkurs reinkommen. Was machst du dann im Laborkurs? Ich meine, du musst die ja da auch irgendwie bei der Stange halten. Oder was machen die Studenten da? Trägst du dann da was vor oder erklärst du da nochmal ganz speziell, wie was funktioniert? Wie läuft das? Genau. Vielleicht da nochmal vorweg schiebend eine weitere Motivation für dieses auch starke E-Learning-Zentrierung von dem ganzen Konzept war die, dass ich den Arbeitsaufwand für die Dozenten verringern wollte. Und der meiste Aufwand, den ich jetzt habe, ist eigentlich die Vorlesung. Und dann ist es so, dass die Korrektur bei uns durch Tutoren stattfindet und wir die dann hinterher nochmal drüber schauen. Also das sind die beiden größeren Sachen, wo wir entsprechend Aufwand haben. Für den praktischen Teil ist es so, dass innerhalb dieses E-Learning-Systems dann Aufgaben sind, die die Studierenden zwischen vier und acht Stunden dann beschäftigen. Also die haben dann den ganzen Tag Zugang zu einem super gut ausgestatteten Laborraum. Und was da sich als sehr gut herausgestellt hat, ist das Ganze in der Story zu verpacken. Also zu sagen, beispielsweise, du bist jetzt der Webmaster von dieser großen Firma und dein Ziel ist es jetzt, dieses und jenes großes Ziel entsprechend umzusetzen. Das ist dann erstmal so, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Ich habe ja nur so und so viel Zeit. Und dann die Studierenden Stück für Stück da durchzuführen. Aber nicht jetzt sagen, okay, du musst jetzt das machen, gib die drei Zeilen ein und was passiert dann? Sondern in der Tat Teile der Aufgaben in Fragen zu verpacken. Also zu sagen, okay, ihr habt jetzt die Rechner alle verbunden und man würde ja erwarten, dass es jetzt hier funktioniert, dieses und jenes zu machen. Aber probiert es mal aus, es funktioniert nicht und erklärt, warum es nicht funktioniert. Und das erfordert so ein bisschen Erfahrung. Aber wenn man die dann hat, kann man Aufgaben so bauen, dass die Leute dann eine Herausforderung haben und dann gleichzeitig aber sofort Feedback bekommen, dadurch, dass sie in der Story weiterkommen. Also die wissen dann, okay, das ist schwierig, dann müssen sie es rumprobieren und dann stellen sie aber im weiteren Verlauf der Übung schon fest, okay, wir müssen es richtig gemacht haben, weil ansonsten würde der Rest nicht funktionieren. Weil das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung, wenn man jetzt rein E-Learning basiert ist, was bei uns eben der Fall ist. Das heißt, wir sind tatsächlich nicht in diesem Raum. Nicht, weil wir nicht die Zeit uns nehmen wollen, sondern weil es unnötig ist, weil die Aufgaben mittlerweile so gut konvergiert sind, dass es entsprechend passt. Und dann interagieren die ja nur mit diesem Online-System. Und da dann schnell Feedback zu geben, sodass sie dann auch noch von ihren Fehlern entsprechend lernen können, das ist eine interessante Herausforderung, die dann durch diese Art des Aufgabendesigns recht gut funktioniert. Die Bewertung unterscheidet sich dann tatsächlich nicht darin, haben die völligen Blödsinn gemacht und haben die was Richtigeres gemacht, sondern mehr, okay, alle haben es ungefähr richtig gemacht, aber die haben halt die Hälfte der Aspekte irgendwie vergessen aufzuzählen oder sowas. Das gibt es denn für die Studenten dann auch innerhalb dieser Übung eine Deadline oder müssen die ein bestimmtes Ziel erreichen? Also müssen die was vortragen oder müssen die ein Paper abgeben dann als Ergebnis? Wie ist das aufgebaut? Genau, also im regulären Teil, also wir haben ja zwei Praktika, das ist iLab Build Your Own Internet und iLab You Set The Focus und ich bin primär bei dem zweiten Kurs momentan zusammen mit dem Stefan Liebald. Und im ersten Teil ist es so, dass man diese Kursmodule hat und in diesen Kursmodulen macht man dann die vorgefertigten Aufgaben durch und in dem Moment, wo man dann im E-Learning-System eben alle Fragen beantwortet hat zu dem Kursmodul, ist man auch mit dem Modul fertig, muss kein Report mehr schreiben. Das heißt, man hat kein Overhead mehr gegenüber, wenn man noch ein Laborjournal oder sowas schreiben müsste, muss man bei uns nicht. Man beantwortet die Inline-Fragen und ist dann entsprechend fertig. Also das ist eine normale Kurseinheit und dann in dem You Set The Focus habe ich noch eine besondere Kurseinheit, wo die Leute selbst die Rolle der Dozierenden einnehmen, wo also die Studierenden dann selbst Lehrmaterialien erstellen und auch Lehrmaterialien bewerten und sich auch anschauen, wie Studierende dann durch ihre Lehrmaterialien durchgehen. Und in diesem Teil ist es tatsächlich so, dass sie auch Vorträge halten, dass sie entsprechend ihre Vorlesungen halten, dass sie sich gegenseitig bewerten und dass sie sich Themen aussuchen, die sich gegenseitig vorstellen. Also das ist ein sehr interaktiver Teil, ein besonderes Element und zwar ein sehr langes, nämlich sechs Wochen, von dem ich mal alle zwei entsprechend erst von You Set The Focus. Also du hast jetzt zwei unterschiedliche Bereiche. Dass ich nur mal zusammenfasse, bei dem ersten Bereich ist das Ziel dann am Ende dieser Laborsitzung, dass ich die Fragen beantworten kann, die du setzt und die sind im Sinne des Constructive Alignments mit den Lehrzielen übereinstimmend. Genau. Sozusagen. Und in dem anderen Kurs, da geht es darum, dass die Studenten jetzt die Rolle als Lehrende einnehmen. Vielleicht jetzt vorher nochmal gefragt bei dem ersten Teil. Du hast schon gesagt, du bist da ja gar nicht anwesend im Labor. Was ist denn dann deine Rolle überhaupt noch? Also der klassische Lehrende steht ja vorne und vermittelt Wissen, aber wie siehst du dann deine Rolle in dem Moment? Also ich sehe meine Rolle primär darin, die Leute dazu zu bringen, dass sie ideal selbst lernen können. Also das denen zu ermöglichen. Und sie dann in der Vorlesung zu motivieren, entsprechend da was zu machen. Im Praxisteil ist es so, dass wir natürlich auch technische Systeme nutzen zur Interaktion. Das heißt, die können zum Beispiel Tickets aufmachen. Und dann sieht es bei mir immer so aus. Es gibt dieses Lernmodul. Und in der nächsten Vorlesung diskutiere ich nochmal mit denen. Das ist dann so ähnlich wie der Flipped Classroom. Dann ist es nämlich so, dass die schon eine Vorlesung dazu hatten, selber sich vorbereitet haben, den Praxisteil gemacht haben. Und dann diskutiere ich nochmal mit denen interessante Aspekte. Was ich, also es ist insofern eine super interessante Frage, die du stellst, weil was mich so ein bisschen umtreibt im Moment ist dieses, okay, E-Learning ist so distant Learning. Und wie komme ich in die Interaktion mit dem Lernenden? Und da habe ich gerade insbesondere eine Bachelorarbeit laufen. Und was wir da einbauen, ist emotionales Feedback. Also dass die Leute dann so wie bei Facebook Likes machen können. Also dass sie ein Herz machen können oder oh, ich bin total eingeschlafen gerade oder nein oder ja. Dadurch hoffe ich nochmal ein bisschen mehr Feedback aus der Situation in dem Raum entsprechend zu bekommen. Also für dich Feedback? Für mich Feedback, genau. Also die werden das auch sehen können, die Studierenden. Ist mutig. Ist mutig. Und ich bin auch sehr gespannt, was passiert. Liegt so ein bisschen daran, dass ich immer sehr stark versuche, von den Studierenden Feedback zu bekommen. Also gerade dieses Überarbeiten der Lehrmaterialien und auch den Studierenden das Gefühl zu geben, okay, wir nehmen euch hier ernst und ihr seid der Kern dieses Lehrkonzeptes und es geht mir nicht darum, diese Inhalte irgendjemandem zu vermitteln, sondern euch zu vermitteln. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann ist es gut. Und in die Richtung geht auch dieses emotionale Feedback. Also meine Hoffnung ist, dass ich dann hinterher eine Kurve habe und da sehe ich dann, okay, an der Stelle fanden es ganz viele gut und an der Stelle fanden es ganz viele blöd. Und dann das nochmal in der Diskussion entsprechend anzusprechen. Und was anderes, was ich auch da versuche zu machen, ist, dass die Leute in diesem E-Learning-System annotieren können. Und zwar so Side-Notes machen zu können, dass alle anderen das auch sehen können. Hat natürlich ein Risiko, die könnten auch Lösungen austauschen zum Beispiel, aber wir können es auch sehen. Und es ist personalisiert, das heißt, da steht dann drin, der Michael Volkmann hat hier die Lösung reingeschrieben, dann ist es vielleicht nicht das, was du unbedingt haben möchtest. Also ich gehe nicht davon aus, dass es so verwendet wird, sondern ich erwarte eher, dass die dann tatsächlich anfangen, hier sich auszutauschen und dann zu schreiben, okay, wir bleiben, wir hängen hier gerade, wie kann es weitergehen? Und das so ein bisschen als Ersatz für dieses Ticketsystem zu machen, weil ein Ticket aufzumachen, das geht mit einem Klick bei uns. Also es ist wirklich super einfach, aber trotzdem ist es so, dass es die Leute noch so ein bisschen hemmt und wir teilweise tatsächlich das Feedback bekommen, so, oh ja, wir hätten uns mehr Support gewünscht an diesem und jenem Tag. Wo wir dann immer sagen, so, ja, ihr hättet euch einfach melden können, wir waren ja da, wir waren nur nicht in diesem Raum. Und dass es diese Brücke noch ein bisschen entsprechend wieder wegnimmt. Du redest da sehr viel über technische Systeme, die dich dabei unterstützen. Ich glaube, der Kern ist aber eigentlich gar nicht die Technik, die dahinter steht, sondern auch der Wille von dir beziehungsweise des Dozenten, diese Offenheit an die Studenten zu spiegeln und zu sagen, nicht nur ihr lernt und kriegt von mir eine Bewertung, sondern auch umgekehrt, ich lerne da auch ständig weiter. Das hört sich also ganz toll an. Ich merke, dass wir zeitlich natürlich unendlich weitersprechen könnten. Mich würde trotzdem noch interessieren, gibt es von Ihrer Seite vielleicht noch Fragen oder Kommentare zu dem, was Marc-Oliver jetzt vorgestellt hat, wie er an die Sache rangeht, wie er seine Veranstaltung eben leitet, wie er sie sieht. Dinge, wo man vielleicht nochmal nachhaken sollte. Sonst würde ich nämlich dann nochmal in eine Abschlussrunde reingehen zu dem zweiten Teil, den du genannt hast. Da würde ich gerne nochmal ein paar Sachen erfahren. Aber ich gebe Ihnen jetzt nochmal kurz Zeit. Vielleicht haben Sie eine Idee, ein Stichwort, was Sie uns geben, wo wir vielleicht auch nochmal reinschauen sollen. Dann machen wir das zum Schluss. Dann würde ich zum Abschluss gerne nochmal fragen, weil du hast diese zweite Phase angesprochen, also den zweiten Kurs, den du eigentlich auch unterrichtest momentan hauptsächlich, in dem die Studenten selbst ihren Fokus setzen. Und mich würde da nochmal interessieren, wie ist da der Ablauf? Also die Studenten setzen sich im Fokus, sollen dann irgendwas entwickeln, eine eigene Lehrveranstaltung. Wie schaust du dir die Lehrveranstaltung an? Wie muss man sich das vorstellen? Wie kannst du da Feedback geben an unter Umständen 20 Leute? Also welche Wege gehst du da? Also in der Unit ist es so, dass die Studierenden in der Informatik, haben wir das Glück, dass die Studierenden sich oftmals sehr gut mit mindestens einem Thema auskennen. Und das versuche ich mir da zu Nutzen zu machen, indem ich ihnen die Möglichkeit biete, dieses Thema dann der Gruppe vorzustellen und zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt sechs Wochen damit beschäftigen, wie wir dieses Thema jemand anderem vermitteln könnten. Jetzt haben wir ja so ein bisschen schon über das didaktische Konzept, über das iLab-Konzept gesprochen. Und das Schöne an dem Konzept, wenn man das schon länger durchdenkt, ist, dass man das auch aufschreiben und vermitteln kann. Und dass es einen schönen Rahmen dafür gibt, was die Leute dann umsetzen, um gute Lehre zu machen. Dafür ist es sehr hilfreich. Und genau das versuche ich dann mit den Leuten in sechs Wochen entsprechend zu machen. Das heißt, wir haben erst ein Brainstorming, welche Themen interessant sein könnten. Dann pitcht jeder Studierende ein Thema. Dann votet. Was heißt, will ich pitchen? Das bedeutet, sie haben drei Minuten Zeit, um die Gruppe davon zu überzeugen, dass ihr Thema besser ist als das ihres Teampartners. Okay. Und danach wählt die Gruppe dann, also das sind immer Zweierteams und die stellen dann beide vor nacheinander. Und danach hat jeder Vote-Karten und dann wählen sie eins oder zwei. Und das Thema, das gewonnen hat, ist dann das Thema, an dem das Team entsprechend arbeiten wird. Und dann haben sie drei Wochen Zeit, um dieses Thema vorzubereiten. Thema vorzubereiten heißt genau diese Teile, die ich gesagt habe. Also die Vorlesung müssen sie vorbereiten. Natürlich eine kleine Vorlesung und ein kleines Thema, weil die haben nicht so viel Zeit. Wie viel Zeit haben die dann da? Die Vorlesung haben sie sieben bis zwölf Minuten Zeit, die entsprechend zu halten. Das passe ich immer an die Gruppengröße an, weil wir versuchen, das innerhalb von einer einzigen Vorlesung entsprechend dann abzuhalten. Dann bereiten sie also die Vorlesung vor, diesen theoretischen Teil und den praktischen Teil. Da sage ich ihnen immer, dass sie vielleicht so fünf Seiten für die theoretische Vorbereitung und dann so fünf bis sieben Seiten für den praktischen Teil entsprechend haben sollen, mit ungefähr zehn Fragen, für die sie dann insgesamt 30 Punkte geben sollen. Und da gibt es dann mehrere Iterationen. Das heißt, die bereiten es erst mal vor. Dann bekommen sie ein Review-Team zugewiesen, beziehungsweise jeder kann wählen, welches Thema er sich genauer anschauen möchte gerne und wird dann zugeteilt. Und dann gibt es einen praktischen Teil, in dem das Review-Team tatsächlich den kompletten Prozess durchläuft. Das heißt, jedes Team stellt dann seine Vorlesung kurz vor in der ersten Version. Danach macht dann das Review-Team dieses Pre-Lab, also diese theoretische Vorbereitung. Und dann trifft sich das Review-Team und das gereviewte Team zusammen in dem Laborraum. Und wenn ich jetzt deine Übung zum Beispiel durchmache, würdest du hinter mir sitzen und dann sage ich immer, ihr dürft schauen und ihr dürft hören, aber ihr sollt nicht sprechen. Und dann bist du also hinter mir und machst den Notizen, was ich so mache. Wenn natürlich ich jetzt hängen bleibe, dann sollst du mir natürlich schon helfen. Ich soll keine 20 Stunden brauchen. Und das ist für die Studierenden immer super hilfreich, weil da stellen sie dann fest so, wow, ich habe gedacht, dass das super klar ist, was ich hier geschrieben habe. Und jetzt habe ich festgestellt, das ist überhaupt nicht klar. Das ist immer sehr schön. Und danach kriegen sie auch nochmal ein strukturiertes Feedback. Das ist auch Teil der Übung. Und dann haben sie nochmal zwei Wochen Zeit, das entsprechend zu überarbeiten und halten dann nochmal die überarbeitete Vorlesung. Und die Materialien sind dann oftmals tatsächlich so gut, dass wir die dann im nächsten Semester anbieten, in dem Teil, wo die Studierenden selber Übungen auswählen dürfen. Also bei uns können sie zwei Übungen auswählen in dem You Set the Focus-Kurs. Und wenn sie dann eins dieser sogenannten Mini-Labs wählen, dann überarbeiten wir das nochmal und dann können sie es entsprechend durchführen. Das ist ganz schön. Als Zusammenfassung heißt, also der ganze Kurs besteht darin, am Anfang Themenauswahlen mit Pitching, dann voten die, welches Thema das einzelne Team bearbeitet, dann bereiten die das auf, dann läuft das durch einen Review-Prozess, der auch von den Studenten komplett begleitet wird. Dann musst du ja auch nicht groß einschreiten. Und danach wird es ausgearbeitet und nochmal vorgetragen und darauf gibt es dann sozusagen eine Gesamtbewertung insgesamt. Das ist der grundsätzliche Prozess. Wichtig bei diesem Prozess ist eine starke Begleitung in jeder Phase. Also was ich mache, was mein Teil da ist, ist, dass ich ihnen mit meiner Erfahrung immer direkt Feedback gebe. Und zwar auch immer vor der ganzen Gruppe, dass ich von ihnen das Feedback einsammle, das dann nochmal bewerte im Sinne von, dass ich sie nochmal in den Zusammenhang stelle, was sie da gemacht haben und nochmal entsprechend komplettiere. Und ihnen eben dieses Konzept auch jedes Mal nochmal vor Augen führen. Also es gibt mehrere Einheiten, wo es dann um die Didaktik geht. So müsst ihr das aufbauen, so geht ihr mit den Tools um und so bekommen die dann an vielen Stellen Feedback, was die Qualität ihrer Aufgaben auch verbessert, was natürlich in unserem Interesse liegt. Und durch diesen Prozess und durch dieses permanente Coaching bei diesem Prozess ist so, dass die Qualität verblüffend gut ist. Also ich habe das vor drei, vier Jahren eingeführt, glaube ich. 2013, ja genau, vier Jahre. Und es ist auch noch was, was wir immer wieder weiter noch verbessern. Und es ist jetzt schon in einem sehr guten Zustand und macht super viel Spaß. Weil das ist nochmal was, wo man wirklich super stark eine Interaktion mit den Studierenden hat. Jetzt kommt eine Frage rein, die mich auch interessiert. Kennen sich die Studierenden, also deine Studierenden, untereinander gut? Und welchen Einfluss hat es auf die Zusammenarbeit im Praktikum? Also wenn sie sich gut kennen, ist es wahrscheinlich leichter. Ja. Also es ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Nämlich dieses Lernklima. Und je wohler sich die Studierenden in der Gruppe fühlen, desto besser lernen sie. Und da vielleicht eine interessante Anekdote. Ich habe immer die Schwierigkeit, wenn die neu zu mir kommen, ins Praktikum in den ersten Stunden, die zu aktivieren. Weil ich will immer mit denen diskutieren. Und die wollen aber nicht mit mir diskutieren. Weil sie eben dieses gewöhnt sind, okay, da steht jemand vorne, der redet mit mir und der interagiert aber nicht mit mir. Und das Eis dann zu brechen, dauert normalerweise so zwei bis drei Vorlesungen. Wenn man denen aber permanent das Gefühl gibt, okay, du bist hier gut aufgehoben, du bist hier wertgeschätzt. Du kannst alles sagen. Es wird dir jetzt nicht negativ ausgelegt. Du wirst jetzt auch hier nicht bewertet, sondern es geht darum, gemeinsam was zu erarbeiten. Dann ist es super hilfreich. Plus, ich habe auch sehr oft interkulturelle Teams. Was daran liegt, dass meine Veranstaltung komplett in Englisch ist. Und insbesondere 2008, wo wir angefangen haben, gab es noch nicht so super viele Veranstaltungen in Englisch. Das heißt, wir haben eigentlich alle aus Torstudierenden entsprechend abbekommen. Auch was super tolles, wo die interkulturell was lernen können. Auf die Frage wieder eingehen. Also die kennen sich am Anfang nicht. Es ist eher selten, dass Leute als Teams da entsprechend schon reinkommen. Lernen sich in dem Praktikum immer sehr gut kennen. Und zwar alle. Das heißt, in dem Team sowieso, weil die dann diese Lerneinheit sind, die sich dann super gut kennen, die auch danach dann auch gut zusammenarbeiten, nach dem Praktikum. Und auch zwischen allen Teams. Also insbesondere in dem You Set the Focus Kurs, weil die da sehr viel präsentieren und dann interagieren müssen. Aber im anderen Kurs auch, weil sie entsprechend in dem Raum auch zusammen sind. Und auch vielleicht noch ein interessanter Teil des Konzepts ist, ich ermutige dir immer, sich gegenseitig zu helfen. Ich sage ihnen immer, okay, wenn ihr zusammen in dem Raum sitzt und irgendjemand bleibt hängen, sprecht miteinander, behebt die Feder zusammen. Das ist alles kein Problem. Solange ihr danach eigenständig dann die Antworten hinschreibt. Also das ist eben dieser Helfen gut, aber dann irgendwo ist auch eine Grenze. Ab da ist dann, müssen wir uns wieder selber damit beschäftigen, was kommt. Weil ansonsten wir natürlich auch feststellen, wenn die plagiieren. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Teil in Bezug auf Korrektur und Zeitersparnis. Kreuzkorrektur ist was, was das E-Learning-System da entsprechend anbietet. Super hilfreich. Sowohl zur Fairness als auch zur Beschleunigung der Korrektur. Weil die Korrekturen sehen in dem System eins zu eins das Gleiche, was die Leute, die es durchmachen, auch sehen. Mit dem Unterschied, dass sie dann eben alle Antworten von allen Teams untereinander sehen. Und da entsprechend dann das raten können. Auch was, wo ich gerade noch ein bisschen dran forsche, wie man das verbessern kann. Letzte Frage mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wie tauschen sich die Studierenden aus? Machen die per E-Mail oder machen die hauptsächlich persönlich? Ich würde sagen hauptsächlich persönlich in der Vorlesung tatsächlich. Also das ist auch ein Kernziel von der Vorlesung, dass das eben das Austauschforum ist. Deswegen ist es auch verpflichtend, an der Vorlesung teilzunehmen. Ansonsten im Team per E-Mail. Das ist auch so, dass in dem E-Learning-System man mit einem Klick eine E-Mail an den Teampartner und auch an alle anderen schicken kann. Genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank mal für diese Information. Wir gehen natürlich schon wieder über die Zeit drüber. Das ist fast schon selbstverständlich. Ich möchte abrunden. Zum Schluss gebe ich einen Hinweis auf das Kursprogramm. Das finden Sie auf unserer Webseite. Die tippe ich jetzt auch gleich noch ein. Und das nächste Webinar ist wahrscheinlich für viele Lehrende gerade interessant. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass wir ein Moodle-Update durchgeführt haben. Das Layout hat sich geändert. Die Menüpunkte haben sich ein bisschen verschoben. Und was es da alles neu gibt und wo Sie jetzt was wieder finden, sehen Sie eben oder werden wird dann in diesem Webinar durchgegeben. Und dieses Webinar findet statt am 9.10. nächsten Montag um 15 Uhr auch unter dieser Adresse. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie dann beim nächsten Webinar eben auch wieder begrüßen dürften. Diese Kursreihe Good Practice, ich weiß gar nicht, wann da der nächste Termin ist, findet aber viermal dieses Semester statt. Und wir werden natürlich immer wieder versuchen, Lehrende zu gewinnen, die eben auch so toll von ihren Erfahrungen berichten können. Falls Sie noch Fragen haben, die jetzt nicht geklärt werden können, stellen Sie die uns. Wir können die jetzt noch im Nachgang beantworten. Und ansonsten sage ich ganz recht herzlichen Dank, Marc-Oliver, dass du gekommen bist. Und viel Erfolg weiterhin in deiner Lehre. Vielen Dank. Und an Sie alle herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.